Und damit Willkommen zurück zu Speedrunners mit Daniel und unserem Gast Demacel. Hi! Ja, zweite Folge. Ich hoffe, dass wir diesmal Demacel ein bisschen die Fadenstange erreichen können. Das war ein guter Spruch, oder? Diesmal aus meiner Sicht. Oh, die neue Map. Ich kann keine neue Map anwählen tatsächlich. Ich hab die nicht freigespielt. Doch, du musst hochgehen. Echt nicht? Nein, nein, bei mir ist da ein Schloss. Null. Hey, vielleicht ist die neue Map ja ein Schloss. Du kannst mit dem goldenen Haken durch Rutschen ausweichen. Ist das die neue Map jetzt? Ja. Du musst nach rechts laufen, Idioten. Hä? What the fuck ist hier los? Was passiert hier? Wer bin ich überhaupt? Ich bin rot gewesen. Nein, was? Wo muss ich hin? Oh! Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich noch in dem Channel bin. Ei! Und im Spiel! Nein, 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 nein! Was? Was? Was muss ich machen? Ich verstehe das Spiel nicht, wie steuere ich? Mit dem linken Stick, da kannst du auf A springen, auf Y sliden, auf B items auslösen, auf rechten Trigger kannst du Boost auslösen. Hat dem Jungen niemand erklärt, wie das geht? Nein, wieso bewegt er sich denn jetzt nicht mehr? Warum erklärt ihm das denn niemand? Auch gut, dass niemand auflöst, wer das überhaupt ist. Wer ist denn? Ich hab doch jetzt halt safe keinen. Wie mach ich denn diese... Wie mach ich hier diese... X, X, X. Ja. Bist mir mal früher wollen, komm. Tut mir leid. Das funktioniert nicht. Also wie ihr vielleicht merkt, diese Folge auch Marlon dabei. Loll. Hat mir ja jetzt richtig viel gebracht. Scheiße, Alter. Scheiße, Alter. Geh jetzt oben rum. Das ist dumm, ey. Ja, geh mal oben rum. Tschüss. Auf B kannst du Items benutzen, auf X hast du den Enterhaken. Ey, ich raff nie, dass ich Y zum Sliden drücken muss. Das ist so unauthentisch. Enthusiastisch. Intuitiv. Oh, Alter, wer ist der Feuermensch? Alter, da wo. Nein! Richtig verdient. Wieso hör ich auf zu rennen, Alter? Weil du Crashnits gelähmt bist. Ey. Was denn los, Mann? Wo bin ich? Damit hast du jetzt die Hauptgruppe von Mehrspieler beleidigt. Fuck you! Fuck you! Wie assi war das denn? Lol, da war ein Stein. Nice. Wer hat mich da zurückgezogen? Easy gewonnen, Alter. Boah, das war richtig assi. Das Beste kommt immer am Anfang. Versuchst du dich damit immer beim Sex rauszureden? Hey, hey. Jetzt. Jetzt. Wo geht's denn? Alter. Wie wir uns alle super gesliden. Hä? Wieso kann ich jetzt keinen von euch hocken? Weil du keinen Hook hast. Dass du einen von uns hocken kannst, ist ein Item mit B. Ah, okay. Dem Standard-Hook kannst du dich nur an der Decke fest hocken. Nur an weißen Decken. Genau. Alter, wie ich euch nur einen hole. Wenn man das so sieht, ist das ganz schön rassistisch. Alter, das war's. Hör auf, hör auf. Ich sehe halt nicht, was vor mir ist. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch so ein Teil, wie man das Spiel abfährt quasi. Ne? Alter, du hast ein gemeines Item. Du bist doch ein Nazi. Junge, das ist tatsächlich deine Mutter. Dieser Dreckshaken. Wie kann man da oben das nehmen? Weiß ich nicht, wenn man links läuft und rechts geht. Oh, Rippel, ich vergesse das. Warum stehe ich auf der Stelle? Das war ein falscher Knopf, glaube ich. Nein. Das war der Steh-auf-der-Stelle-Knopf. Simon, du musst jetzt links blinken und rechts vorbeifahren. Nein, Simon. Kacke. Hast du ja jetzt endgültig gewonnen? Nein, ich muss noch ein Spiel gewinnen. Achso, ich hätte aufnehmen sollen, oder? Im Ernst? Ich habe aufgenommen. War nur ein Gag. Ja, das ist der beste Tipp. Wir haben ja noch die Back-Off-Aufnahme. Malo, du musst doch mitrennen. Nein, ich habe Standbild. Ich habe Standbild. Alter, ist das assi. Ich habe meine 3-Sekunden-Standbild auch in dem Spiel. Das ist relativ ungünstig, würde ich behaupten. Wie klettert man denn da hoch? Nichts da! Nutze! Ich komme mit. Ich komme mit. Scheiße. Nein, 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 nein. Ach wie scheiße, Alter. Warum habe ich denn Standbild? Kotzt ja mega an. Ja, ich hätte auch ein Standbild. So, von dem. Ich habe auch schon mal gehabt. Schade, dass es der Aufnahme nicht. Mal gucken, ob ich da... Ich habe dieses Item nie richtig eingesetzt. Nein, ich bin gesprungen! Das ist jetzt, weil dieses Standbild-Ding eigentlich nur bei Rocket liegt. Deshalb verstehe ich das gerade nicht. Was habe ich jetzt für ein Item? Hinten links, das Richtige. Alter, wie oft hast du diesen Haken eigentlich? Das habe ich. Ich habe den tatsächlich nicht oft. Nur jede Runde, dass du mich damit trägst. Ich kann mir gleich mal in der Aufnahme nachgucken. Junge, da zieht der Daniel... Oh, da geht der Wasser vorbei mit Skill! Was? Ja, der hatte so ein Schutzding oder so. Und rippt da. Oh, fuck! Der Baba, Junge! Der Baba! Wie ihr gerade anmoderiert, dass ich verliere. Und dann komme ich. Weil ich habe 5 WP bekommen. Mega! Mega! Glaubt ihr? Nice! Jetzt habe ich auch gemäßt, Alter. 6500 habe ich. Könnt ihr schon die vierte Map spielen? Nee, die kann ich schon nicht. Ich habe sogar die erste aus der zweiten Weiche schon. Nee! Mega Marcel, Alter. Übelst nice! Du bist ja auch ein Eingeber, Marcel. 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 Du bist ja gar nicht anmoderiert, der Junge. Du bist ja gar nicht anmoderiert, der Junge. Achso, weil wir den gar nicht... Achso, dass es übrigens Marlon denn auch dabei ist. Hat mir das gar nicht gesagt. Ey! Meine falsche, das ist die Leute nicht. Ich bin Jakob. Ich meine, ich bin Jakob! Ey, Schatz! Wir kennen die Map übrigens nicht, ne? Echt nicht? Das ist eine neue. Achso, das ist nicht die gleiche wie eben? Stimmt. Ja, vielleicht sollten wir die Maps doch ausmelden und nicht auf Zufall machen, dass wir nicht zweimal dieselbe Map in einer Folge haben. Ich meine, das ist so klug. Fuck! Wie du mir alles aus dem Weg kommst, das ist so nett von dir. Ja, bitte. Ey, wie slidet man so? Y. Die Taste über J. Ey, wie klettert man denn jetzt? J. Und bin ich out of order! Nein, ich bin gerettet worden! Und da bin ich wieder erster, bitches! Scheiße, ich bin... Scheiße, ich bin... Alter, wie lange bleibt denn da liegen? Kennst du das System von einem klassischen Wandsprung nicht, Marlon? Achso, okay. Dann doch. Was ist das? Wandsprung? Ein Sprung von der Wand. Fuck you! Alter, dieser Haken war so... Ja, ich weiß nicht, was das... Jedes Mal bekomme ich den da unten ab. Ich wollte dich irgendwie nicht nach vorne boosten, um ehrlich zu sein. Was? Du wolltest mir helfen! Gibst du! Ich hatte den Haken. Und das zweite Mal, dass ich den da unten abbekomme, ey, das ist so ein RIP. Man ey, ich bin zu schlecht, um das da zu schaffen. Ja, jetzt kommen wieder 6 Millionen Items. Nein, 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 nein! Doch. Ach, als ob ich da alle mitnehme schon wieder. Ey, ist das doch alles hier gescriptet. Nein! Hört auf, hört auf, hört auf, hört auf, hört auf! Leute! Ihr wickst doch! Ihr wickst doch! Ja, wenn du jetzt noch gewinnst, dann schenk ich dir... Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, Malo. Nimm's einfach nur Lackhaben. Ja. Ja, RIP. RIP. Sehr gut. Mein Spiel ist schon eigentlich ein bisschen älter, kann das sein. Ja, 1600. Was, was kann, ist das eine Mine und die kann man zünden? Wie zündet man die denn nochmal mit X? Nochmal B. Loll. Das, was du da mir gerade in den... Womit du mich gerade abgeworfen hast? Das war C4. Ich hab wieder das Overlay eingeblendet. Ich bin so ein behinderter Tastenspammer. Ich nur behinderter Tastenspammer. Ach man, das Spiel ist richtig scheiße. Hast du Spaß, Malon? Und nein, jetzt gibt's hier wieder den Applaus, weil ich einen Abonnenten bekommen hab. Ich muss dringend meine Szenen mal umordnen. Wer abonniert euch denn so? Wer abonniert euch denn so? Ich weiß nicht. Vor allem zu der Uhrzeit, ne? Wie hieß der? Fuuuuck. Generell. Wer abonniert euch? Genau, ich hab die Einblendung nicht an. Ich hab den Sound an Marcel. Du musst mal ein bisschen schlechter sein. Okay, ich spiel jetzt nur noch ohne Hände. Dazu wieso die ganze Zeit nur mit einer Hand. Alter. Oh, RIP bin ich langsam unterwegs. Nein, was machst du denn? Wir sind ja mehr Kisten als in einem Amazon-Wagerhaus. Ach maaah. Scheiße, ey. Kacke, da hab ich's voll Wauen. Ja, eigentlich ist das genau wie Fun Run oder nicht? Ja, nur halt im Serious, ne? Guck mal mit deinem Kackhaken. Das ging minimal auf den Sack. Nanananana. Das passiert mir da auch immer. Läub. Boah, das war ein guter Boost. Der war eigentlich mega nice, der Boost. Aber Marcel kann nichts, sehr gut. Oh, da geht Daniel gut durch. Junge hat es gekackt. Und... Boah, gut ausgewichen. Schade. Das war knapp. Ja, war knapp. Marcel verkackt ist. Damit ist Daniel. Der ist sieger. Weil der jedes Mal diesen Kackhaken kriegt, ey. Das kann nicht wahr sein. Ach, du weinst einfach ein bisschen viel. Ach komm, du bekommst ihn genauso oft wie ich. Ich glaube auch. Wie macht man den Haken? Ihr seid solche Nazi-Kinder. Ja, danke schön dafür. Wie macht man den Haken? Immer noch auf B. B. Wenn man Items hat. Ich bin einfach schon wieder tot, ey. Ist so lächerlich. Geh mal meine Aufnahme an. Ja, es ist halt so, dass ich die ganze Zeit durch den Haken stirb. Das glaube ich nicht, dass die ganze Zeit durch den... Doch, wenn ich... Vielleicht haben wir diese Folge einen anderen Sieger als Marcel. Das wär schon mal krasse Sache so. Hä? Malo? Warum laufe ich denn... Warum laufe ich denn nach links? Da bin ich. Da bin ich. Hä? Malo gewinnt die Runde. Ich hab den Stick nach rechts zurück, Leute. Gib mir den einen Sieg, Mann. Nein! Gib mir doch den einen Sieg, bleib bitte stehen für... Du bist doch schon tot. Nein, das war Simon, der gelaufen ist. Simon, du darfst nicht verkacken. Simon, das ist Malo, der noch lebt. Ach so, ich dachte, Malo wäre der Rotse. Ach, Simon ist nach links gelaufen. Ja, ich hab da gesagt, mein Kontroll... Ich hab voll nach rechts gedrückt und der ist einfach immer wieder nach links gelaufen. Ich hab keine Ahnung, was das war. Nimm den Haken, nimm den Haken, jetzt, jetzt! Nice! Jetzt lauf, lauf, lauf! Lauf, lauf, lauf! Lauf, lauf, lauf! Ich war schon längst weg. Jetzt boosten, 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 boosten! Drück R, drück R! Ja, das ist so lächerlich. Immer dieser Dreckshaken. Easy, gell? Ich hoffe, dass jetzt mein Controller funktioniert. Ja, jetzt laufe ich nicht in die Richtung. Ich gewinn jetzt die Runde einfach noch als Underdog. Ja, keiner wird sich freuen. Okay. Oh, das ist natürlich doof. Was sich keiner freut. Wie kann man den Booster dann einsetzen? Einmal. Also du lädst ihn halt auf diesen Feldern auf. Auf den Booster Aufladefeldern. Was? Fuck! Jetzt fährt's langsam hier. Kritisch. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Okay, mein Haken wird nicht gezählt. Geil. Warum geht mein Haken nach oben? Ich nehme jetzt den Haken. Ich habe den Haken. Hä? Nein! Alter Schwede. Nein! Nein! Diese Stelle ist so unfair da hier. Dieser Haken ist echt so das Game-Changer-Item. Ja, es ist wirklich so. Okay. Wie viele XP hast du Marlon 2? Ich hatte 650 gerade. Nein, Alter. Ich nehme die Anmod raus und schneide das einfach rein, weil das so krass ist. Okay, ich würde sagen, wir machen aber dann an der Stelle in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, obwohl Marlon dabei war. Also hier dieser Twilight Derby Sparkly unten. Oh, es geht jetzt weiter. Ähm. Alter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ich kann doch nicht die Arabe. heads aus. Jetzt geht mich an. Du wirst gewählt ins Board.